Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Am 8. Mai verlor eine Schauspielerin und ein ehemaliges Mädchengruppenmitglied in den 20ern nach einer Kollision mit drei Autos ihr Leben, und ihre Identität wurde nun als Han Chi Sung bekannt. Wie bereits berichtet, hielt sie auf einer Schnellstraße an, als ihr Mann plötzlich die Toilette benutzen musste, und als sie aus unbekannten Gründen aus ihrem Fahrzeug stieg, wurde sie von zwei Fahrzeugen hintereinander getroffen. Ein Bekannter kommentierte, Han Chi Sung hat uns bei einem tragischen Unfall verlassen. Sie war eine wunderbare Schauspielerin, die eine große Leidenschaft für die Schauspielerei hatte. Sie hatte in Zukunft so viel vor sich. Es ist eine Schande, dass sie so plötzlich verstorben ist. Han Chi Sung debütierte 2010 unter dem Namen Seoyi als Mitglied der Mädchengruppe B-Dolls. Später wurde sie Schauspielerin in Dramen wie Second to Last Love und Happy Sisters sowie in Filmen wie Moonlit Genestics. Und, Soraya, Stimme aus dem Herzen.